hallo und willkommen zurück dies ist wieder die anja von venus spirit und discuss publishing wie angekündigt in meinem ersten video geht es jetzt hier in video nummer zwei um mein vorwort für die evangelien von thomas und maria magdalena ich springe direkt rein ich mache bildschirmteilen dann kannst du gleich mitlesen ich lese es vor die wege des herrn sind unergründlich bibel apostelgeschichte römer 11 33 bis 36 dieses zitat fällt mir ein als ich mich hinsetze auf das jesus bildchen und die kleine kerze vor meinem monitor schaue und mich nach innen wende mit der bitte dass mir die richtigen worte kommen mögen um ein vorwort für dieses buch zu schreiben mein erster impuls ist zu recherchieren wo dieses zitat überhaupt herkommt zwar nahm ich an dass es ein bibelzitat sei doch wo genau und in welchem kontext es stehen könnte das wusste ich nicht schnell fand ich heraus dass es im neuen testament in der apostelgeschichte zu finden ist und dort im brief von paulus an die christen in rom jedoch nicht in exakt dem oben zitierten wort laut sondern ausgedrückt durch mehrere sätze die hier einfüge und die ich im internet in verschiedenen versionen gefunden habe hier zitiere ich die version der bibel die ich als buch zu hause habe gott ist unbegreiflich groß wie groß ist doch gott wie unendlich sein reichtum seine weisheit wie tief seine gedanken wie unbegreiflich seine entscheidungen und wie undurchdringlich seine pläne denn wer kann gottes absichten erkennen oder wer hat ihn je beraten wer hat gott jemals etwas gegeben dass er nun von ihm zurückfordern könnte denn alles kommt von ihm alles lebt durch ihn alles vollendet sich in ihm ihm gebühren lot und lob und ehre in alle ewigkeit amen ich wuchs in einer atheistischen familie im westlichen berlin auf und gott oder die bibel waren bei uns kein thema das hatte gute gründe und mal und macht für mich viel sinn denn die abwesenheit von religiösen oder spirituellen regeln und lehren ebnete mir genau den richtigen nackten boden um mich schon als teenager selbst auf die suche nach dem sinn des lebens zu machen mit 15 kaufte ich mir mein erstes astrologie buch und mit 27 eröffnete ich einen esoterischen buchladen all meine studien dieser ersten lebensjahre mitsamt den dazugehörigen erfahrungen waren eher theoretisch und bildeten rückblickend eine gute vorbereitung für die erst später kommenden realen spirituellen einweihungen und erfahrungen mit der tiefe und schönheit der lichtvollen geistigen welt alles in allem bin ich auch später nicht mit der bibel in berührung gekommen geschweige denn dass ich sie gelesen oder gar studiert hätte intuitiv wusste ich immer dass ich persönlich über andere wege anders in anführungszeichen wahre wissen gelangen würde weil mir die bibel einfach zu altmodisch und in vielerlei hinsicht schlicht unglaubwürdig erschien salopp gesagt sie interessierte mich einfach nicht wo wir mitten im thema des voranstehenden zitates wären die wege des herrn sind unergründlich schließt sich hier ein offener zyklus und nun hat mich die tiefe der jesus christus geschichte letztlich doch erreicht zwar ist das vorliegende buch keine vollständige neu version der ganzen bibel doch es ist insgesamt betrachtet schon heftiger tobak wenn man so will und das meine ich aufgrund der tiefe und intensität der worte der geschichten und vor allem der spirituellen kraft die hierin verborgen ist und die sich mir beim sorgsamen lesen und bearbeiten der deutschen übersetzung offenbart hat ja ich muss es so sagen ich habe offenbarungen erlebt während ich im buch mit den texten gearbeitet habe mein herz ist durchgängig offen ich fühle eine energetische anhebung an manchen stellen legte ich intuitiv meine hände aneinander vor mein herz wie zum gebet was ich wirklich erst seit kurzem mache wenn ich etwas heiliges fühle fühlte große hingabe dankbarkeit liebe demut und auch absolutes vertrauen und das tiefe wissen dass all das was dr raymond keller hier in form von geschichten und erzählungen niedergeschrieben hat wahr ist an einer besonderen stelle an die ich mich lebhaft erinnere musste ich spontan weinen weil ich so berührt war von der unermesslichen liebe die sich über die hingabe der tiere an den dienst für das göttliche offenbarte du wirst beim lesen wissen welche stelle ich meine ich fühlte dass die kraft gottes unermesslich ist dass die liebe gottes die einzige wirklichkeit ist und dass jesus und sein bruder thomas absolute vertreter dieser kraft sind ich fühle dass die taten so wie sie in diesem buch geschildert sind wirklich passiert sind und dass es durch gottes hand persönlich geführt ist dass diese geschichten die letztlich die träger der göttlichen energie sind die zeiten über dauern und immer wieder durch ausgewählte boten die dem gewachsen sind weitergetragen werden damit meine ich natürlich an erster stelle dr raymond keller dem sich über übernatürliche wege die zusammenhänge und die geschehnisse gezeigt haben so dass er sie mit seinen höheren sinnen wahrnehmen und aufschreiben konnte über die genauen umstände der entstehung dieses buches schreibt robert potter ausführlich in seiner einführung die diesem vorwort folgt und jetzt landet dieses buch bei mir wie kann das sein fragt das ego und der kleine verstand wieso landet das nicht in händen eines verlages der eine entsprechende reichweite hat und durch den diese texte gebührend über professionelle marketing wege seine leser finden ausgerechnet bei mir landet dieses buch sowohl für die veröffentlichung der englischen originalversion die bereits erschienen ist als auch für die deutsche übersetzung mit herausgabe alles was ich fühle hier beitragen zu können sind meine sprachlichen fähigkeiten und meine technischen möglichkeiten doch die unergründlichen göttlichen wege haben ihre gründe warum sie mir dieses heilige werk so empfinde ich es anvertraut haben und außerdem haben sie mich jetzt für die deutsche ausgabe inspiriert ein vorwort zu schreiben und das mache ich aus nur einem einzigen grund mit der hoffnung dass meine worte und meine unbedarftheit meine biblischen unkenntnisse und die liebe die ich hier empfange und weitergebe wie eine brücke dienen und noch ein paar menschenherzen mehr erreichen denn sagen wir es mal ganz ehrlich ich habe ja das englische buch bereits veröffentlicht und obwohl dr raymond keller oft darüber in videos spricht in der öffentlichkeit steht und auch ich über meine verbindungen von ein paar menschen gesehen werde sehr viele bücher wurden bisher nicht verkauft natürlich ist es so dass es über die print on demand wege heute unzählige neu veröffentlichungen pausenlos gibt und dass man vermutlich irrsinnig viel werbung und was weiß ich alles machen muss um interessenten für seine bücher zu finden doch so funktionieren wir hier nicht primär weil ich nicht an erster stelle ein verlag mit kommerziellen absichten bin sondern ich bin eine seele die ihren lebenssinn und ihre mission erkannt hat und sich darum aus der inneren führung leiten lässt alles hat seine zeit manche worte oder bücher sind auch nur in der welt um einfach präsent zu sein und vielleicht einige herzen zu erreichen für die sie wiederum die welt bedeuten für diese menschen wirken wir hier für die weitergabe der liebe des lichtes und der fackel um göttliche erkenntnis in uns selbst zu vertiefen und weiterzugeben meine mentorin omnek onnek hat immer auf die frage woran man erkenne was der eigene lebenssinn sei gesagt wenn du fühlst dass du dich mit etwas gut fühlst wenn du es unbedingt machen möchtest dann ist es der richtige weg und genau das fühlte ich als mir dr raymond keller sein werk the gospels of thomas and mary magdalene vorstellte ich kann mich nicht einmal genau daran erinnern wie es dazu kam dass ich mich für die bearbeitung und veröffentlichung entschied es war so geführt so natürlich so selbstverständlich so zweifelsfrei genau so entstand dieses hier vorliegende buch also die deutsche ausgabe der morgenstern version der hierarchie des lichts möge es dir so wie mir erkenntnisse echter gottgegenwart schenken möge es dein herz öffnen möge es licht und liebe in dein leben bringen oder ins unermessliche vergrößern mögest du erkennen dass die wege des herrn wahrhaft unergründlich sind und dass das leben so fantastisch und lebenswert ist denn die liebe ist alles was es in wahrheit gibt doch das will erkannt und gelebt werden ich hoffe dass ich einen beitrag dazu leisten kann dass du die liebe aus deinem innersten aufsteigen lässt denn dort ist sie sie ist überall in jedem herzen in jeder seele sie ist alles was ist mögen universelle liebe und segnungen sein anja in hohenfels am ostersonntag den 31. märz 2024 ist es ein zufall fällt mir jetzt gerade auf dass ich ausgerechnet dieses video mache und dieses vorwort vorlese als pfingstmontag ist im nächsten video nummer drei lese ich dann die einführung von robert potter vor der das vorwort der diese einführung geschrieben hat der ein großer unterstützer von dr raymond keller und von omnic onnic ist und der seit vielen jahren die mount chaster sommerkonferenz organisiert bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video